Moin moin und willkommen hier zum Game-App-Party. Ja, wie ihr seht, wir waren schon mal wieder eine Runde schlafen und wollen jetzt mal nachgucken, was und, oh, wir haben halt gar keine Post, was ist denn hier kaputt? Ausroden, Status überprüfen. Okay, wer braucht noch? Dann, hier haben wir Holzkohle, das ist gut. Und hier haben wir Eisenbahnen und jetzt müssen wir mal gucken. Auf meinem schlauen Zettel steht, dass wir davon 20 Stück brauchen. So, Holzkohle hat man hier auch mit reingemacht. Also, für den Stall brauchen wir 20 Eisenbahnen und 20 Steinziegeln. Gut. Das heißt, das da hin, das da hin. So. Zack. Aber, das Ding muss auf jeden Fall hier weitermachen. Ach nee, wir brauchen erst mal auftanken. So. Ja, wir möchten das abbrechen und dann Carbon machen. So. Und das machen wir hier an der langsamen Dings. Kupferbarren. Kann man auch nochmal Holzkohle, wa? Erstmal auftanken. Und 10. Abfahrt dafür. Gut. Dann. Ah, hat wahrscheinlich noch gar nicht aufgenommen. Ich glaube, erst um 10 oder so. Erstmal Beziehungen hier pflegen. Warum sollte ich dich beschenken? Ah, ich weiß, was wir wollten. Hühle. Erinnert mich aber auch keiner dran hier, ne? So, wir müssen die Bücher mitnehmen. So. Was ist das? Theorie. Ich hab noch echt keine Ahnung. Okay, das packen wir mal hier rein. So. Ich weiß sogar nicht mehr, welche Bücher das waren. Äh, der ist gut, ne? Äh, 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 äh. Nein. Nein. Ja, sind auch keine. Hm? Das ist wohl auch nicht das, was wir wollten. Ah, ich glaube, die waren das. So. und so aber die müssen wir hier in die tastleiste legen so weiter geht's da wollen wollen die denn doch ag bau construction stellt mich aber gerade hier inventar ich kann daran machen so dann wollen wir mal gerade wir müssen nämlich ein stall bauen stelle bauen bis ach das war bestätigen der ist gut t drehen jod da müssen wir jetzt mal gucken wie wir das jetzt anstellen wir zurück mal gucken was wir jetzt anstellen können lange nicht mehr gesehen ein teich nicht dafür schmutzung betroffen zu sagen wo ein wasser von dort ist das schön wir können nichts machen hallo naja okay wohl oder übel müssen wir gucken dass wir das ding hier kaufen wie teuer ist das 15.000 auch du scheiße gut lange rede kurzer sinn ganze schmutz geht jetzt erstmal zack aber keine zeit für bürgermeister sieht man auch nur wenn er lust hat weg damit so und dann wollen wir mal auf zur höhle noch ja wir können auch hier unten lang laufen dürfen wir auch hinkommen 10 51 let's go schneiden schwer drauf drücken ist das überhaupt noch die richtige markierung richtige markierung naja da müssen wir hin ist ja richtig dann wollen wir mal auf in den krieg ziehen oder gucken was uns in der höhle das löwen erwartet und wenn wir überhaupt rein müssen das weiß ich ja gar nicht so so kann man den beschenken ist sehr großzügig aber es bringt mir auch nichts da reinzukommen haben gut da eh dieser gegenstand ist nicht verfügbar hm 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 aber rechtsklick zum verwenden ah so jetzt dürfte ich über reinkommen oder ich habe keine zeit für euch mädels naja ich komme immer noch nicht rein warum kristall heizkette hm 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 m mission die gruselhöhle banner der gruselhöhle äh gell möchte dass du bei der dekoration von gruselhöhlen helst verwende das fertigkeitsbuch um einen türbanner und ein dekoratives licht zu ah ich musste erst was herstellen warum sagt mir das denn keiner ja die brücke war hier irgendwo hm hm ja da müssen wir mal gucken dass wir das blöde sch hm herstellen das heißt wir haben schon wieder unnötig zeit ausgegeben um das zu machen kann ich hier was von machen das ärgert mich jetzt ein wenig möchte ich wirklich reiten aber können den schmutz hier mal aufsammeln ich glaube ich laufe ganz falsch ich muss doch hier die tafel stein stein ist eher mal unrichtig marmor bräuchte ich davon viel mehr gut industrieller kran ja wie kriege ich den wieder aufgehoben handbuch gegenstände montage hinweis elektrische hochhofen alles schleifen grill wassertank einfach industrieller blablabla mixer lautsprecher ghetto blaster das haben wir doch alles aufzugsteuerung aufzugsteuerung davon haben wir davon aber davon haben wir zwei und kleiner motor haben wir 1 zurückholen bestätigen montage hinweis aufzugsteuerung bauen wir brauchen eisenbaren industriellen motor so sieht sie aus das ist carbon das neues für unsere kiste carbon abfahrt so erz zack so gut ich glaube die müssen wir alle lernen tieren gucken ob wir da jetzt tiere reinstellen können ok dann packen wir dich da auch wieder rein was haben wir hier holzkohle aufsammeln fertigen erstmal auf tanken hier und dann können wir weitermachen carbon ist hier immer noch carbon auftanken zack noch mal drei dazu fertig so jetzt habe ich vergessen was wir wollten montage kleine silikon chip hier geht man gerade den motor suchen was ist das kochrezepte kleine silikon chip brillenglas augenmaske das gehen wir mal verkaufen das nicht das nicht gucken ob wir den bürgermeister endlich mal sehen weißen hat hat warum harz leder pflanzen fasern das ist das ist einmal verkaufen kleiner motor den brauchen wir doch mal im inventar wir brauchen industrie motor industrie ok kannst du auch wieder weg was ist das da haben wir unseren industrie motor eisenbarren 6 keine silikon handbuch davon haben wir zwei aber wo erklärt das sind die schwarzen dinger da ist es nicht drüber hier ist es nicht drüber hier ist es nicht drüber da ist es nicht drüber ein zu weit noch marmord die das können wir auch gleich mal übernehmen kristall kann man auch in die andere küste machen das ist was anderes was denn hingeschmissen muss ja wenn dann irgendwas fertiges sein da so ja eisenbarren ist in arbeit das ist carbon was haben wir hier holzkohle so eisenbarren ist so schön war eisenbarren brauchen wir ganz viele dann sortieren wir mal weiter davon das nehmen wir auch mal hier hin das gehört hier hin das nicht er zu sagen dann haben wir das das gehen wir verkaufen die holzkohle machen wir auch hier mit drin so schon wieder 19 uhr im game dann wollen wir da auch mal eine runde schlafen gehen kann ich das nicht lesen strukturelle asthetik ein buch aus dem alten welt aber strukturell ist das ein kann ich nicht lesen warum auch immer so wir werden schlafen gehen und ich sehe auch gerade wir sind schon wieder mit der aufnahme durch liebe leute dank schön dass ihr reingeschaut habt wenn ihr wollt schaut morgen wieder rein bis denn tü 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 t